In diesem Video geht es um die sogenannten Race-Conditions und anhand eines kleinen Java-Programms wollen wir uns einmal anschauen, was das bedeutet. Wird das Programm gestartet, so beginnt der Ablauf in der Main-Methode und innerhalb der Main-Methode werden zunächst zwei Threads erzeugt und anschließend werden beide Threads auch gestartet. Thread A erfüllt eine ganz einfache Aufgabe. Die Variable Counter wird zunächst mit dem Wert 10 initialisiert, anschließend wird Counter um 1 erhöht und noch einmal um 1 erhöht und zum Schluss wird der Wert von Counter ausgegeben. Wir können also erwarten, dass Thread A für die Variable Counter einen Wert von 12 berechnet und am Ende ausgibt. Thread B arbeitet ganz ähnlich. Die Variable Counter wird hier mit 20 initialisiert. Insgesamt sechsmal wird eine 1 hinzuaddiert, sodass wir am Ende erwarten können, dass hier die Zahl 26 ausgegeben wird. Race-Conditions können in diesem Beispiel jetzt auftreten, weil zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens benötigt man verschiedene Programmteile, die nebenläufig ausgeführt werden. Und zweitens benötigt man ein gemeinsam genutztes Betriebsmittel. Die nebenläufige Ausführung dieser beiden Threads bedeutet, dass sie sich in ihrer Abarbeitung auf der CPU abwechseln. Also der eine Thread ist dran, es kann ein Kontextwechsel passieren, der andere Thread ist dran, wieder ein Kontextwechsel, der erste Thread und so weiter und so weiter. Wobei vom Scheduler entschieden wird, wann ein Kontextwechsel erfolgt und ob überhaupt einer erfolgt. Das gemeinsam genutzte Betriebsmittel ist hier die Variable Counter. Weil sie global innerhalb dieser Klasse deklariert wird, aber innerhalb jedes Threads verwendet wird, es kann deshalb zu Problemen kommen. Und genau diese Probleme nennt man Race-Conditions und die gucken wir uns jetzt einmal an. Ich starte einmal das Programm und zunächst ist der Ablauf völlig normal. Die beiden erwarteten Ergebnisse sind tatsächlich so auf dem Bildschirm ausgegeben worden. Ich starte das Programm jetzt noch ein paar Mal nacheinander und jetzt an dieser Stelle sieht man plötzlich eine Änderung in der Ausgabe. Die Reihenfolge ist vertauscht. Es wird zunächst der Wert für B, also das Ergebnis von Thread B ausgegeben, anschließend das Ergebnis von Thread A. Der Scheduler hat also bei diesem Ablauf einmal so verfahren, dass der Thread B zuerst fertig geworden ist und erst danach Thread A. Das ist aber noch kein Problem, das kann passieren. Bisher sind alle Ergebnisse ja noch in Ordnung. Ich starte das Programm erneut. Okay. Hier hat sich die Reihenfolge wieder verändert. Auch okay. Und zack, an dieser Stelle haben wir ein Problem. Denn, wie man hier sieht, ist das Ergebnis beider Threads plötzlich 12. Das heißt, auch Thread B, für den wir eigentlich einen Wert von 26 erwartet hatten, hat hier das Ergebnis 12 ausgegeben. Und genau dieses Problem ist das Ergebnis von Race Conditions. Der Scheduler hat scheinbar in einem sehr ungünstigen Moment einen Kontextwechsel vorgenommen. Und das wird der Moment gewesen sein, wo Thread B bereits alle Berechnungen auf das gemeinsame Betriebsmittel, also auf diese Variable Counter vorgenommen hatte. Aber die Ausgabe ist noch nicht erfolgt. Der Kontextwechsel zu Thread A war zunächst dran. A hat den Wert der Countervariablen überschrieben, selbst eine Berechnung durchgeführt. Und als A dann scheinbar fertig war, auch mit seiner Ausgabe fertig war, dann wurde zurückgesprungen zu Thread B. Und in der Countervariablen von Thread B steht jetzt noch der Wert, den Thread A berechnet hat. Und darum gibt B hier den falschen Wert aus. Das sind Race Conditions, die tatsächlich hier mal in der Praxis gezeigt werden können. Wenn man jetzt noch ein wenig weiter probiert und immer wieder das Programm startet, dann wird man auch irgendwann einmal die Situation erleben, dass beide Threads den Wert 26 berechnen und scheinbar also hier Thread A das Problem hat. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!